Patrick, spielst du dann am Freitag wieder mit, weil dann ist eine komplette Woche rum und dann hat sich's ja wieder gelegt, oder? Ein bunter Haufen hier, Deutsch, Franzosen, Niederlande, Spanien, Schweiz. Ich hab heute Komplimente bekommen von meinen Kollegen, mit dem ich schon seit Jahren zusammen arbeite, zu meiner Teamleitungsarbeit, seit alles sehr, sehr gut machen. Oh, ist doch gut, wenn man sowas hört. Ich hab mich dann kurzerhand für die andere Strecke entschieden. Ich werd hier so durchgereicht. Blau, blau, blau. Das sind alle meine Farben. Wir sehen, Hex. Hast du es schon erwähnt? Bissaboss, hallo. Ich hab gehört, du willst heute mitspielen. Wir leben noch weiter zur Hölle machen. Ich hab ne Münze geklaut, nice. Rakete. Rakete. Gibt keiner. Oh, jo. Vier Rakete hatte ich aber vorgetragen, oder? Ja, ich hab erst die Abkürzung genommen, dann hab ich auf vier gekommen und hab dann die Raketen gezündet. Ja, weil das hat ja echt was vorne meine ich jetzt. Ich hab keine Chance. Ich hab zehn Münzen. Blau. Nein. Ich hab dir nur den Arsch geraten. Mann, nein, das werd ich durchgereicht. Okay, ich bin erster. Schmutz, schmutz einfach, Rätsel. Ich bin echt fertig, wollte eigentlich kurz zugucken und dann ein bisschen Lörg schlafen. Was? Ja, okay, alles gut. Alles gut. Wie war denn dein Tag so? Bisser. Super. Super, wieder über 16k. Yay. Du hattest aber recht. Erste Runde. Danach ein bisschen wieder offline gehen. Ja. Aa Tulik. Tan. Dann. 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 Da. Dann. よ. kommt bestimmt Ja, Arbeit und dann hier. Du wolltest was sagen? Ich habe einen ganz tollen Finger geschnitten. Warum? Messerschere Licht sind für kleine Mädchen nicht? Ja, scharfes Messer, scharfes, großes Messer. Oh, Mensch. Aber Finger ist noch dran, oder? Ja, so halt. Wie mich gleich die Grüne wieder getroffen hat. Und ich habe keinen Bock auf die Eidens. Ey, nun hat er mal drei Kurven gefahren und schon von einer Grün und einer Roten getroffen worden. Ja, die Rote kam von mir. War die Rache. Die Rache, du ziffst. Kann ich mehr fahren, ich komme nicht da. Ja, du bist doch erster, oder? Hinter dir. Feuer im Wasser. Hallo, sind wir hier bei Spongebob? Die Banane, ne? Vorsicht! Ich muss mal auf, um mir die Eidens zu klauen. Ja, ich stehe in der Roten, aber lang. Lang genug, damit die Rote noch an mir vorbeigehen kann. Wenn ich einfach als Viertplatzierer oder Drittplatzierer einfach mit einer Banane und einer Grüne bekommen habe. Aber danke für den Leuk. Ja, natürlich. Ja, natürlich, die Fall ganz links. Die Blaue macht Elx oder noch ein Schlenker nach links. Ja, und sind manchmal wirklich krass. Ich habe zwei Sterne hinter mir. Oh mein Gott. Und meine denkt sich, ich will nicht driftern. Keine Chance, was einzuholen. Dritte. Fünfte. Ich hatte einen Pilz und einen Stern. Ich bin kein Platz vorwärts gekommen. Wird sogar beinahe noch überholt. Minus vier. Mann, oh Mann, oh Mann. Nur Stress. Nur Stress. Die Todshafenstraße hatte ich heute auch noch nicht. Ich mache heute aber nicht so lang. Ein bisschen erkältet und die Stimme tut mir heute echt weh. Was heißt nicht so lang? Vielleicht bis acht, kurz noch acht. Okay. Kann sich ja auch ein bisschen rentieren, nur für dich. Naja, also wenn wir hier auch hören, gehe ich eh zu einem anderen Spiel. Lass mich rein, es geht mit F an. Ja. Und hört mit allen Geiß auf. Ja. Oder die ganzen Tagesaufgaben noch machen. Nur Stress, sag ich doch. Wenn man es gerne spielt, dann macht es auch Sinn. Ja, dich hat es nicht so gecached, ne? Nicht so wirklich. Ich habe es echt versucht. Wo kommt jetzt so macht die Lokomotiven von mir her? Mein Gott. Aber es ist ja eigentlich gespielt, ja, ne? Ja. Oh, da guck ich wieder so ein Bananen-Hindy von mir. Ich komme gerade überhaupt nicht klar auf das Gespulierte. Sogar eine der Strecke, wo ich es sogar besser finde, dass er gespielt ist. Mein Hirn kann das irgendwie nicht verarbeiten. Mann, Alter, was ist denn mit der? Ja. Blaue. Danke, dass du sagst. Ja, natürlich. Ey, ihr bleibt halt auch einfach stehen, ne? Und 10. Wie viele die zurzeit stehen bleiben, ne? Ja, das ist alles. es tut mir ein little bit leid ja weggeschoben worden überfahren wollen einfach mal drei plätze verloren noch eine rote bekommen was kriege ich auch mal auf achten pilz und eine grüne du hast mich jetzt vom zweiten auf dem achten zurückgeworfen das in der letzten danke hast du gerne grüne gebäck schadet dafür kam die aber viel zu straight von dir ich hatte keine grüne neunter ich war zweiter das war es oder mit 16 k tut weh ich nehme jetzt zu fallen dann kommt die ich habe schon entschieden ich nehme also stricke okay immer noch besser als baby park ich nehme glaubt wird mir der zeit dass ich wenn ich zock stream t dazu trinkt es ist wird diese zeit ich will mir eine richtig geile große thermos kann kaufen wasser kocher alles runtergestellten und hier gleich immer frisch gemacht macht macht man auskriegen genauso dann halt immer so wenig auf der arbeit zu wenig der auf kopfschmerzen kriegt wenn er unter zwei liter trinkt und also meistens komme ich irgendwie also wenn es gut läuft von den flüssigkeiten her dann habe ich hier fünf kaffee getrunken aber ein schluck irgendwie wasser oder tee oder irgendwie sowas hört sich vernünftig an nur kopf aber wenn es schlecht läuft habe ich halt eine tasse kaffee getrunken bis 19 uhr ja wenn du dauerhaft zu stress bist verstehe ich das dann schon schlecht das ist jetzt auch seit also ich komme hier nicht auch nicht weg alle kriegen sie filze ich krieg pilze Du kommst nicht voran. Ich krieg dauerhaft nur Pilze. Ich krieg nichts zum Angreifen. Und dann krieg ich eine Rode gedrückt. Das war ja so klar. Das Spiel hat echt persönlich was gegen mich. Und? Ich lasse mich gerade an Pilze. Oh, ich krieg eine blaue, mit der ich wieder nichts anfangen kann. Und danach, Pilze. Ja, natürlich. Ah, Pilze. Aber erst passiert ja wieder Glück, weil die Pilze kommen wieder genau rechtzeitig. Ja. Ach, Pilze. Hm, kenn ich noch nicht. Ich krieg gar nichts mit Pilze. Und dann krieg ich grüne. Ich hab mich auf den fünften vorgekämpft, ey. Minus zwei. Ich weiß nicht, wo der zweite abgegeben ist. Also eigentlich war ich dritte. Und dann bin ich plötzlich als zweite durchs Ziel. Keine Ahnung, wo der hin ist. isst Appart. Okay. Wie geht's. Vielen Dank.